In einer aktuellen Folge von Late Night with Seth Meyers betraten die Gaststars Will Ferrell und der ehemalige SNL-Auto Harper Steele die Bühne, um Prinz Harry, der berichten zufolge die Wiedererlangung seines königlichen Titels gefordert hat, auf urkomische Weise zu braten. Der Abschnitt begann damit, dass Seth Will und Harper vorstellte und sagte, wir haben heute Abend einige aktuelle königliche Neuigkeiten zu besprechen, meine Freunde. Wie Sie vielleicht gehört haben, sorgt Prinz Harry offenbar auf der anderen Seite des großen Teichs für Aufsehen, da er seinen königlichen Namen zurückhaben möchte. Also, dachte ich, wer könnte sich besser zu Harry äußern als meine guten Freunde, der Meister-Impressionist Will Ferrell und der königliche Historiker Harper Steele? Das Publikum brach ein Gelächter und Jubel aus, als Will sofort mit seiner mittlerweile legendären Darstellung von Harry begann, komplett mit rotbrauner Perücke und britischem Akzent. Hallo, Kumpel. Ich bin Harry Windsor, ehemaliger Prinz von Sussex. Keine Sorge, Freunde, ich hänge einfach hier in Kalifornien ab und lebe den Traum mit Max und den Kätzchen. Dennoch hat mich eine Kleinigkeit gestört, oh Harry, ich möchte meinen Prinz-Titel zurück. Harper Steele mischte sich schnell ein und schüttelte den Kopf. Harry, wir haben das durchgemacht. Als sie und Meghan beschlossen, sich von ihren königlichen Pflichten zurückzuziehen, um in Amerika finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, haben sie ihren HrH-Stil und ihre Titel aufgegeben. Du kannst deinen Kuchen nicht haben und ihn gleichzeitig essen. Entweder seien sie ein arbeitender König und übernehmen sie die Verantwortung, die mit diesen Titeln einhergeht, oder sie kündigen für Hollywood-Reichtümer und verlieren diese Titel. Man kann sie nicht aus einer Laune heraus zurückfordern, nur weil man sich über Dinge in der Presse aufregt. Die Menge jubelte wild über Harper's scharfe Niederlage, während Will in seiner Rolle als Harry blieb und abwährend die Arme nach oben warf. Komm schon, gib einem Block eine Pause. Ich habe meine Familie nur verlassen, weil Meghan nicht glücklich war und unsere Hollywood-Träume verwirklichen wollte. Aber ich möchte trotzdem wichtig sein. Welchen Sinn hat es, hier an LA zu leben, wenn ich mich nicht einmal mehr Prinz nennen kann? Niemand lädt mich zu exklusiven Promi-Partys ein oder behandelt mich als VIP. Seth konnte zu diesem Zeitpunkt sein Lachen kaum unterdrücken. Harry, dir ist schon klar, dass es dich nicht wirklich wichtig macht, mit den Cloonies und den Beckhams befreundet zu sein, oder? Du bist jetzt nur noch eine weitere reiche Berühmtheit, wie Ellen oder Dickard Derschins. Nur weil sie früher einen königlichen Titel trugen, heißt das nicht, dass sie eine lebenslange Sonderbehandlung und Ehrungen verdienen. Du hast das alles aufgegeben, Kumpel. An diesem Punkt brach Will seine Rolle ab, um das Publikum direkt anzusprechen. Hören Sie, Leute, ich verstehe, warum Harry sich nach einem Leben voller königlicher Vergünstigungen und Privilegien möglicherweise nicht in der Lage fühlt, sich an das Zivilleben zu gewöhnen. Aber wie ein gereiztes Kind den Titel eines schicken Prinzen zurückzufordern, sieht einfach nicht gut aus. Und damit drohen, noch vernichtende Rememwaren zu schreiben, wenn sie nicht ihren Willen durchsetzen? Schon, Mann. Besitze es einfach. Du hast dich entschieden, dieses Leben hinter dir zu lassen. Jetzt ist es an der Zeit, Sinn und Zweck zu finden, ohne sich auf leere Titel zu verlassen. Die Menge brach bei Willstreffen der Analyse entstehende Ovationen aus, und sogar Sess klatschte mit und wischte sich Lachtränen aus den Augen. In der Tat weise wurde, mein Freund. Harry, ich denke, die Botschaft ist klar, nimm es oder lass es, aber du bekommst nicht deinen königlichen Kuchen und isst ihn auch noch. Nun, sofern niemand noch etwas hinzuzufügen hat, denke ich, dass wir zu diesem Thema alles gesagt haben, was gesagt werden muss. Damit verneigte sich Will ein letztes Mal und rief, Prost, ihr verdammten Werfer. In dieser Gegend können Sie ein Bier im örtlichen Pub trinken. Vielleicht treffe ich dort meinen alten Kumpel Orlando, und er kann mir ein paar echte Hollywoodstars vorstellen. Toodles. Der Teil endete mit tosendem Applaus, als es sich bei seinen Gästen bedankte. War zweifellos eine der witzigsten Late-Night-Comedy-Sketcher rund um die Royals seit Jahren. Selbst Wochen später verbreiten sich Ausschnitte aus Will's und Harper's Harry brüten weiterhin im Internet und dienen als perfekte Zusammenfassung dieses andauernden königlichen Dramas. Nur die Zeit wird zeigen, ob Harry ihre Botschaft beherzigt, aber eines ist sicher, dieser nächtliche Auftritt bietet komödiantisches Gold, das die Leute so schnell nicht vergessen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017